Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Ich bin André und hier stelle ich euch heute diesen Peugeot 108 vor. Wir haben ja ein 2017 Auto mit um die 50.000 Kilometer gelaufen. In dem Video so es vordergründig eigentlich um den Zustand des Fahrzeugs, es geht gar nicht unbedingt um die Ausstattung. Wer es dennoch wissen will, was alles drin ist, der klickt mal oben auf die Infobox. Da wird er weitergeleitet zur Mobile und solange der Link aktiv ist, steht das Fahrzeug auch noch zum Verkauf. Ich bin jetzt vorab schon mal ringsherum gelaufen, habe mir den angeguckt. Hier ist eigentlich nichts dran, was der Laufleistung nicht entsprechen würde. Selbst auch im Innenraum, hier ist alles gepflegt, so wie es sich gehört bei dem geringen Kilometerstand. Ich mache auch gerne mal die Geruchsprobe. Hier riecht es weder nach Hund, Katze, Rauch oder sonst irgendwas hier drin. Hier ist nichts abgegriffen übermäßig oder sowas. Der steht wirklich gut da. Weil der eine oder andere von euch kann sich natürlich vielleicht auch online für so ein Fahrzeug entscheiden. Bedeutet, wir liefern sowas auch gerne mal an. Die ganzen Modalitäten kann man am Telefon besprechen. Wenn ihr ein Auto habt, was ihr in Zahlung geben wollt, das geht auch alles online. Das haben wir jetzt in der ganzen Corona-Zeit einfach geübt und dementsprechend, wenn ihr von weiter weg kommt, ist das vielleicht eine Option für euch, so ein Auto zu kaufen. Wie gesagt, hier ist eigentlich nichts weiter dran. Ich habe hier auf der rechten Seite so eine kleine Mini-Delle. Ich weiß nicht, ob man die sieht auf dem Video. Da lassen wir unseren Dellendrücker dementsprechend noch kommen und der zieht die dann dementsprechend halt auch noch raus, sodass es wirklich perfekt dasteht, würde ich jetzt sagen, für den Kilometerstand. Ansonsten, was ich bei dem noch nennenswert finde, ist, dass der eine Steuerkette hat. Die ist also wartungsfrei. Hier ist immer mal bloß ein Ölwechsel, mal ein paar Zündkerzen oder so. Also auch mal die Folgekosten vielleicht ein bisschen mit im Blick zu haben bei so einem Fahrzeug, die sind bei dem, denke ich, verschwindend gering. Also von daher, wenn ich das Interesse geweckt haben sollte, wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da, Samstag 10 bis 14 Uhr. Wir nehmen euer altes Auto in Zahlung. Ihr könnt sowas finanzieren, optional eine Gebrauchtwagen-Garantie dazu erwerben. Wir haben hintenrum unser Werkstattteam. Die prüfen es nochmal auf Herz und Nieren gegen, bedeutet, die nehmen es auf die Bühne, die drücken auf jeden Knopf, die fahren es Probe, um einfach zu gewährleisten, dass ihr von uns ein gutes Fahrzeug bekommt. Und den Rest kriegt ihr, wie gesagt, vom Verkäuferteam und wir sind als Team für euch da. Danke erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Video. Macht's gut. Bye, bye.